ich bin halbwegs versteckt aber eine umkreist uns genau hat mich gefunden und festgesetzt ich bin weg der ist zurück vor uns adler und bombardom adler ist der aber und bombardom ist der mastrotron weil ich kann gegen den bombardgang wirklich mal machen nur gegen den oder hat nur noch eine zeit lang nur gegen den adler kann ich gar nichts da ist er hat er ist dann ab donnerstag wieder da master dann auf ketten zeichnen habe mit energie schild mit rasenmäher hochkant spark und hapune und eine mammut mit echo a l g 1 und sogar den bombardom sind sie über alt der dach und gehen wird das sind alles die alten ja krass fast total ist hier ja oder oder komisch kein man trick bilder bombardom ich bin halbwegs versteckt aber eine umkreist uns genau gefunden und fest gesetzt ich bin weg jetzt kommen die anderen dann sterbe ich auch den helden machst du dann auf kleinen gleis könnten ja und ich denke mal den scheinhaber rauspicken ja und das toll also der hat mich ziemlich genau gefunden und hat abhune und flesh und obwohl ich ihn aufgedeckt hat da ist ja haben wir mal die toy hier scheiße ja aber der ruder muss beim hava hilfe haben der schritt vor uns adler und bernberg und adler ist aber und bernberg und ist der mastro von weil ich kann gegen den bernberg anwöhnlich mann wo gegen den auto hat nur eine zeit nur gegen den adler kann ich gar nichts das ist weg erst der adler mit einer roboter hinten noch damit er tragen aber ich habe auch noch zwei wir können uns nicht so eine blickige wasser wie auch immer so gut nun drei drei haben gedauert und der Promo Torwart an so ablöst Der hat ja letztlich von uns total in die Arten. Da mach mal guck! Wer? Ob du einen normalen Doppler hast oder einen präsentierten Doppler? Gehe ich den normalen. Da ist wieder Adler, geradeaus. Also drauf. Bei mir. Ich hab erstmal einen Toi. Da war Adler hier, aber der war scheiße. Ein Mähdrescher ist runter. Zweiter Mähdrescher ist weg. Der ist so gut wie Mars, der hat nicht mehr viel. Adler hat noch eine. Ist stript, oder? Gut, dann ab. Auf irgendetwas anderes. Ja, voll tot. Adler ist stript, Teddy. Oh. Ah, da fällt. Wie auf der Hölle rannet. Ich weiß auch, warum er kommt, dass sie geht. Er hat aber noch Waffen. Scheiße. Hm, ist er jetzt zurückkommt, oder? Einmal besser. Weck. Ah, die Bombe hat er geschlossen. Hörst du? Nur noch Bombertraum. Ne. Geben. Das gewinnen wir, Jungs. Jo. Beim nächsten Mal geht der Bombertraum wieder mit Mandrax rein. Dann kann er eindeutig besser. Aber auch, Wann guckst du? Oh-oh. Ach, mag Mag's. Bis zum nächsten Mal.